Herzlich Willkommen zur Übung 23, der Seitstütz. Sieht zwar schon ganz gut aus, ist aber noch nicht die Übung. So wäre es meine Lieblingsübung. Das glaube ich dir. Also, wie die Übung richtig geht. Seitlich, Beine aufeinander, Fußspitzen ziehen ran, Ellenbogen unterhalb eurer Schulter. Einmal nach oben drücken, Arm spreizt ab. Das ist schon eher die fortgeschrittenen Variante. Profis können gern auch noch das Bein mit nach oben nehmen. Für die Einsteiger ist Michael perfekt, Bein geht nach hinten weg, Hüfte kommt nach oben.